Guten Abend, die Damen. Ich hoffe, es schauen einige zu. Mein Name ist Harald, ich bin in Burgenland zu Hause, bin 50 Jahre, Lkw-Fahrer und suche jetzt auf diesem Weg, weil auf den anderen war es mir bis jetzt nicht möglich, eine liebe Frau, die sich vorstellen kann, dass sie mit mir noch einige Jahre verbringt. Wieso haben Sie keine Verarbeitung? Meine letzte Partnerin, mit der 20 Jahre verheiratet war, hat ihre Wege behandelt, sind geträgt. Hat sie verlassen? Hat mich verlassen, ja. Man hat das so gespielt, es war sehr kälte, sehr extreme Kälte und da war es mir dann auch nicht mehr möglich. Wer sollte sich denn melden? Was hätten Sie denn gerne? Sie kann nur eine starke Frau sein, aber keine harte Frau. Im Sinne, mir ist es ein Gefühlsmensch. Es hat ein gemeinsames Leben rausgekommen können. Du bist nicht allein, wenn du träumst heute Abend. Du bist nicht allein, wenn du träumst von der Liebe. Es finden tausend junge Herzen heute keine Ruhe. Es haben tausend Menschen sein, wenn du träumst, wenn du träumst. Wie war das bei Ihnen? Ja, ich habe ihn gesehen und er hat mir eigentlich gleich gefallen. Was hat er am meisten beeindruckt? Ja, wie er das auch managt mit den Kindern und seine ganze Art und Weise kochen tut er so gut, der Harald. Von der Äußeren hat er mir natürlich auch gefallen. Was war der schönste Moment in eurem gemeinsamen Leben? Ich muss erst nachdenken. Alles. Ich konnte nicht sagen, was das Schönste ist. Weiß ich nicht. Bei mir, wie es gesagt hat, sie hat sie entschlossen, dass sie wirklich da wohnen will. Also, da muss ich wirklich viel tun, dass ich das rechtfertigen kann. Ganz im Weiß mit einem Blumenstrahl, so siehst du in meinem schönsten Träumen aus. Liebes Brautband, ich freue mich auf deine so bedeutende Frau Achtung. Dieses Jahr beinhaltet eure Liebe. Es gibt nichts mehr, was uns beide trennen kann. Ganz im Weiß, so gehst du neben mir. Herr Kretschmer Harald Franz, willst du Frau Machsteiner Christa zu deiner Frau nehmen und mit ihr in liebevoller Zweisamkeit leben? Dann antworte bitte mit einem deutlichen Ja. Ja. Frau Machsteiner Christa, willst auch du Herrn Kretschmer Harald Franz zu deinem Mann nehmen und mit ihm in liebevoller Zweisamkeit leben? Dann antworte auch du bitte mit einem deutlichen Ja. Ja. Arsch. Ja. Ja. Ja, dann reißt du mir die Hand und du siehst so glücklich aus, ganz im Weiß. Mit einem Blumenstrauß. PZM lernt seine Musikazeiter Moritz Quietschmer Haraldledge Vielen Dank.